Okay, Devin, ich habe jetzt einen Undercover-Account. Auf welchen City-Build sagtest du, muss ich? Aufs Hammer, aufs Hammer. Okay, okay, okay. Und das ist wirklich so schlimm, wie du gesagt hast? Ja, du musst mal Folgendes machen. Und zwar geh mal einmal ohne Diamantrüstung zu ihr und dann zieh mal eine Diamantrüstung an und geh dann nochmal zu ihr mit einem anderen Account. Okay. Und dann müssen wir schon sehen, was ich meine. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Lisa-16. Okay. Nur nochmal ganz kurz zum Verständnis, meine lieben Freunde. Der gute Devin hat hier einen Spieler-Spielerin gefunden. Wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass es ein Spieler ist, der sich als Spielerin ausgibt. Erzähl mal, Devin, was hast du so mitbekommen? Also Folgendes. Es sind schon mehrere Leute jetzt in den Support gekommen, dass die irgendwie... Entweder sie hat zehn verschiedene Persönlichkeiten oder sie passt sich immer an die Leute, an die zu ihr hingehen. Und zwar, wenn man da hingeht, zum Beispiel mit Nordia-Rüstung, dann ist sie auf einmal ganz nett. Und wenn man schreibt, man ist 15, dann ist sie auch 15. Wenn man schreibt, sie ist 12, ist sie auch 12. Wenn man schreibt, man ist 17, ist sie auch 17. Also irgendwie... ...kommt das alles vorne und hinten nicht. Und Devin hat sogar bei NameMC geschaut und sie hat sich vor einem Tag oder so oder vor zwei Tagen... Genau, das war irgendwie vor einem Tag, hat sie erst ein Mädchen-Spieler und Mädchen-Laden. Ja, auf jeden Fall hatte sie sich... sie hatte vorher gar keinen Mädchen-Account. Das heißt, noch ein Indiz mehr, dass sie gar kein Mädchen ist. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Lisa 16 heißt sie. Lisa unterstrich 16. Lisa unterstrich 16. Und du meinst, ich soll erst einmal ohne Dia-Rüstung zu ihr gehen? Genau, dann müsste ich schon sehen, was da passiert. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schaue ich mir das Ganze jetzt einfach hier mal an. Danke dir, Devin. Jo, kein Problem. Viel Spaß. Jo. Okay, Freunde, ihr habt es gehört. Hier gibt sich anscheinend jemand als Mädchen aus. Willkommen bei Lisa 16. Und wir testen das Ganze jetzt hier einfach mal aus. Ich bin gespannt, was sie hier so macht. Da ist sie. Ich würde sagen, wir schreiben sie einfach mal an. Dann, MSG, Lisa 16. Hey, na, wie geht's? Alles klar bei dir? Okay. Devin meinte, ja, wir sollen einfach mal einmal hier hingehen ohne Dia-Rüstung und dann danach nochmal mit Dia-Rüstung. Also, wenn das wirklich so sein sollte, wie Devin das sagt, das könnte echt heute noch ein bisschen lustig werden. Habt gerade keine Zeit. Sorry, schreibt sie. Okay. Ey, könnte das vielleicht, könnte das vielleicht daran liegen, dass wir keine Dia-Rüstung haben und so aussehen, als wenn wir, wir haben nicht mal was in der Hand oder so. Das könnte natürlich sein. Und wie gesagt, wir sind uns zu 99% sicher, dass sie sich als Mädchen ausgibt und kein echtes Mädchen ist. Ich würde sagen, dann gehe ich doch einfach mal ganz kurz wieder zurück und ziehe mir einfach mal ganz kurz eine Dia-Rüstung an. Hier hinter diese Wand gehe ich einfach mal. Und dann gehen wir doch einfach mal in den Game Mode 1 und ziehen uns einfach mal eine Dia-Rüstung an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach normal spielen kann und sich jetzt als Mädchen ausgibt. So wie ich das mitbekommen habe, versucht die echt auch ganz schön viele Items sich zu schnorren, sage ich einfach mal. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall mal Dia-Equip, wisst ihr was? Wir nehmen uns auch einfach nochmal, nehmen uns auch einfach nochmal einen Goldapfel mit und nehmen wir uns doch einfach auch nochmal ein Leuchtfeuer mit. So, den halten wir dann auch noch in der Hand. Und ich glaube, das reicht einfach mal. Und ich würde sagen, dann drehen wir doch einfach nochmal wieder um und schauen mal, wie sie jetzt auf uns reagiert. Wo ist sie denn? Da ist sie. Okay, ähm, MSG, Lisa16, äh, hey, ähm, wieso, was, ähm, ist denn gerade? Hast du vielleicht einen Shop? So, jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich so ist. Kann natürlich auch sein, dass sie wirklich gerade keine Zeit hat. Oh, hey, wie heißt du denn? Nochmal ganz kurz zum Mitschreiben, gerade eben hat sie mir noch geschrieben, hab gerade keine Zeit, sorry, und wir kommen mal eine Minute später wieder mit der Dia-Rüstung, äh, und dann hat sie auf einmal Zeit. Oh, hey, wie heißt du denn? Was schreiben wir denn mal, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie mein Name heißt, wie ich, ich schreibe einfach mal, ähm, ähm, Tim und du denke ich mal Lisa, äh, oder? Ey, ich finde das so lustig und wisst ihr, was das Krasseste ist? Devin hat es euch ja gerade nur ganz kurz einmal ein bisschen erklärt. Die erzählt einem jedes Mal wirklich was komplett anderes. Das werden wir gleich auf jeden Fall auch mal eben austesten. Ich werde gleich nochmal mit einem anderen Alt hinkommen und mal schauen, was die uns dann so erzählt. Das ist, anscheinend erzählt die ganz schön viel Scheiße. Darf ich fragen, wie alt du bist? Wie alt sind wir denn? Ähm, 15 und du? Auch, ihr merkt schon, wie sie, wie sie direkt mit diesen, mit diesen krassen Smileys und so anfängt. Also, mh, ich weiß ja nicht so recht, ne? Das ist alles hier, alles ein bisschen, alles ein bisschen dubios. Mega, endlich mal jemand, der ein wenig älter ist. Ah, okay. Bin 16. Ah, okay. Deswegen wahrscheinlich denke ich mal auch das 16 in ihrem Namen. Esi hat mir gerade geschrieben. Hast du Lust, ähm, mit mir ein bisschen zu zocken? Ich sag sogar schon sie. Obwohl wir ziemlich, ziemlich sicher sind, dass es ganz bestimmt keine sie ist. Ich werde sie gleich auf jeden Fall... Ich sag schon wieder sie. Ich werde ihn gleich auf jeden Fall auch noch drauf ansprechen. Ähm, äh, ja, klar. Freut mich auch endlich mal jemand, der ein bisschen älter ist. So. Und wie gesagt, sie erzählt einem genau das, was man hören will. Das heißt, ich werde gleich nochmal auf jeden Fall mit einem anderen Account online kommen und bin gespannt, was ihr uns dann so erzählt. Hast du ein paar Dias? Dann kann ich eine Axt machen. Oder ein bisschen Geld. Dann kann ich mir eine kaufen. Es geht schon direkt los. Ihr merkt, was ihr macht. Ach, hast du nicht ein paar Dias? Oder hast du nicht ein bisschen Geld? Ich hab leider gerade gar keine Dias dabei. Aber wisst ihr was? Ich geb ihr einfach mal ein paar welche. Weil ich will mal... Wir wollen ja heute mal ein bisschen darauf eingehen. So, wo ist sie denn da? Lisa, wisst ihr was? Ich geb mal Lisa... Hey, Lisa, geb ich mal einfach mal 500. Und ach, stimmt. Ich hab gar nicht genug Geld. Wisst ihr was? Dann, ich jobb ja einfach mal ein paar Diamanten. Okay, sie sieht's gerade gar nicht. Ah, jetzt sieht sie's. So, hier hat sie ein paar Diamanten. Und, ähm, dann würde ich sagen, geb ich mir auch noch ein bisschen Geld. 50.000 haben wir jetzt. Ich glaube, das sollte erst mal reichen. Sie schreibt, oh, im Gedanke, voll süß von dir. Oh Mann, ey. Sie, man muss auf jeden Fall sagen, sie weiß ganz genau, wie, äh, wie sie schreiben muss, um Leute ein bisschen um den Finger zu wickeln. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich verstehe nicht, warum, warum spielt man denn nicht einfach normal? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich weiß, dass die meisten von euch auf jeden Fall normal spielen. Aber es gibt dann halt immer mal wieder solche Leute, die sich, die, 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 die einfach, die einfach sowas machen. Und ich verstehe es einfach nicht. Auf jeden Fall, hm, hab ich ihr gerade jetzt mal ein paar Dias gegeben. Und wisst ihr was? Ich geb ihr auch noch mal ein bisschen Geld. Geben wir ihr doch einfach mal 1000. Sie hat ja gerade danach gefragt. Ähm, ach stimmt, ich kann ja, ich, ich, den geb ich ja einfach mal 1500. Ähm, hier ein bisschen Geld hast du auch noch. So, jetzt schreibt sie noch. Uh, danke. Komm mal mit. Okay, wo sollen wir, wo, wo sollen wir denn jetzt mit hinkommen? Wartet mal, wartet mal. Okay. Jetzt sind wir anscheinend in ihrem, äh, in ihrem Schlaf-Wohnbereich. Hier, hier wohne ich, schreibt sie. Hier wohne, okay. Ich würd gern mal in die Kisten gucken, um zu schauen, was sie so an Items hat. Ja, sie hat uns gerade nochmal geschrieben. Kannst du mir nochmal 2k payen? Dann hol ich noch ein paar Items. Oder lieber so 3k, das sollte reichen fürs Erste. Ähm, du hast doch gerade erst 1,5k bekommen. Ähm, sorry, jetzt, ähm. Dann machen wir erst mal langsam. Sorry, aber ich werde dir doch jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Geld, äh, Geld geben oder so. Ich glaub auch, ich glaub auch mal nicht, dass ein normaler Spieler das machen würde, wenn er jetzt hier hochkommen würde. Einfach die ganze Zeit. Hä? Hä, ich dachte, wir spielen zusammen. Dann halt nicht. Hä, hast, äh, hast du selber kein Geld oder was? Hä? Äh, sie ist mega angepisst. Hä? Ich dachte, wir spielen zusammen. Slash... Nein, oder? Slash ignore. Dann bekommt sie meine Nachrichten nicht mehr. Sie hat mir gerade Slash ignore und dann den Namen von meinem Undercover-Account geschickt. Hey. Das hat sie jetzt aber nicht gemacht, oder? Nur, weil ich ihr kein Geld gegeben habe. Und dann schreibt sie auch noch, hä, ich dachte, wir spielen zusammen. Jetzt so langsam sollte euch klar sein, was das für eine Masche ist. Ich werde jetzt mal Folgendes machen, meine Lieben. Ich werde jetzt mal ganz kurz den Account wechseln. Und dann schauen wir mal, wie sie so reagiert, wenn ich mit einem neuen Account komme. Weil Devin meinte ja auch gerade, sie erzählt jedem wirklich komplett, jedem irgendwas anderes. Deswegen testen wir das Ganze jetzt auf jeden Fall mal aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, Freunde, ich habe jetzt mir einen neuen Undercover-Account besorgt. Der hat jetzt allerdings einen Mädchenskin. Das ist jetzt allerdings gar nicht so schlimm. Ich probiere das jetzt einfach nochmal aus mit dem Mädchenskin bei ihr vorbeizuschauen. Und ich bin gespannt, wie sie darauf reagiert. Slash ph lisa16. Also ich finde es einfach nur, auf der einen Seite finde ich es traurig, aber auf der anderen Seite finde ich es auch einfach nur mega, mega lustig. Ich glaube, wir werden gleich auf jeden Fall vielleicht einen Community-Grief machen. Vielleicht komme ich auch gleich nochmal mit meinem Main-Account vorbei. Ich schreibe ihr jetzt auf jeden Fall mal eine MSG. Hey, was geht? Hast du einen Shop? Sie schreibt einfach. Was? Verpiss dich, ihr Mädchen. Nervt mich nicht. Oh Mann, ey. Ja gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt nochmal den Account und ich probiere es nochmal mit einem jungen Account. Und jetzt, warum baut sie mich denn jetzt, jetzt baut sie mich auch noch ein. Okay, wir sind anscheinend hier nicht willkommen. Alles klar, die wird gleich auf jeden Fall noch, auf jeden Fall noch wird die ihre, ich sag, ich sag immer noch die, ich mein natürlich, ich mein natürlich er, auf jeden Fall wird er gleich noch die gerechte Bestrafung bekommen. Ich wechsle jetzt auf jeden Fall noch einmal den Account. Bis gleich. Okay, Freunde, wir haben jetzt wieder unser Equipo und ich würde sagen, wir statten ihr doch jetzt einfach mal einen Besuch ab. Oder was würdet ihr sagen? Slash PH Lisa unterstrich 16 und dann schauen wir einfach mal. Wir sind wieder vor ihrem Haus und jetzt gucken wir mal, was sie uns dieses Mal so schreibt. Lisa 16, da ist sie ja wieder. Das Ding ist, was denkt die sich eigentlich? Innerhalb von 20 Minuten kommen drei Leute zu ihr. Okay, sie, sie, oh Gott, jetzt bin ich, jetzt glaube ich noch hier drüber, aber alles, alles gut, nichts passiert. Ich schreibe ihr auf der, ach, jetzt auf einmal schreibt sie wieder. Hey, mit einem Herz, was gibt's? Hm, ich schreibe einfach mal, ähm, MSG Lisa 16. Ich dachte, ich, ähm, schau einfach mal hier, äh, vorbei. Ähm, ist Lisa dein echter Name? Hm, ich find das so lustig, ne? Und wisst ihr was? Ich hab schon, ich hab schon ne Idee. Ich hab schon ne Idee. Ich hab schon ne Idee, wie wir sie gleich als komplette Lügnerin enttarnen können. Ja, und wie heißt du? Ähm, wie heißen wir dieses Mal, ähm, ähm, Max? Hm, ich bin zwölf. Und du? Okay. Weil gerade eben hat sie geschrieben, dass sie 16 ist. Jetzt bin ich gespannt, was sie dieses Mal schreibt. Bin ich gespannt, was sie... Süßer Name, hihi. Ich bin 13. Das glaub ich ja nicht. Wisst ihr was? Jetzt brauchen wir auch... Jetzt brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr... Jetzt schreibt sie noch, wollen wir Freunde sein? Auf einmal schreibt sie wieder was komplett anderes. Auf einmal schreibt sie, sie wäre angeblich 13. Ihr wisst doch noch, gerade eben hat sie geschrieben, dass sie 16 ist. Und jetzt ist es ja wohl mal sowas von klar, dass die hier einfach nur Scheiße erzählt. Devin hat sowieso geschaut. Es gibt eine Website, da kann man nachschauen, wann der Minecraft-Account umbenannt wurde. Und der Account wurde erst umbenannt vor zwei Tagen oder so. Das heißt, früher war das gar kein Mädchen-Account. Also wir sind uns... Also jetzt bin ich mir auch zu 100% sicher, dass die einfach nur Scheiße erzählt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Folgendes machen. Kill Lisa 16. So, zack. Und dann TP-M-O hier Lisa 16. Und dann schreibe ich sie einfach mal an. Ich gehe auch mal in den Game Mode 1. Die kann ruhig sehen, dass wir hier Admins sind. Hier, das können wir auch nochmal abbauen. Und jetzt schreibe ich hier einfach mal MSG Lisa 16. Hey, ich bin ein Admin. Gerade warst du noch 16. Warum jetzt auf einmal 13? So. Das Problem ist, Freunde, sie verstößt eigentlich gegen keine Serverregeln. Muss man dazu sagen. Bei uns steht ja nicht in der Serverregel, du darfst dich nicht als Mädchen ausgeben. Es steht natürlich in den Serverregeln, dass man nichts geben kann. Und dass man sich doch bitte nett verhalten sollte. Deswegen glaube ich, geht ein Bann auf jeden Fall klar. Stimmt nicht. Sie schreibt einfach, stimmt nicht. Sie schreibt einfach, stimmt nicht. Ich werde jetzt Folgendes machen, Freunde. Ich werde sie jetzt für 14 Tage bannen. Wenn ihr sagt, ich soll sie für eine längere Zeit bannen, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Ich werde mir die Kommentare heute auf jeden Fall mal alle durchlesen. Und dann werde ich auch mal ein paar Herzen bei euren Vorschlägen dabei lassen. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr denkt, ich soll die länger bannen, dann lasst doch auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch auch gerne mal hier einen Daumen nach oben da. Das würde mich mega freuen. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss. 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 Tschüss.